Nach dem Flüchtlingsdrama im Ärmelkanal mit 27 Toten haben EU-Vertreter beschlossen, die gemeinsame Zusammenarbeit mit Großbritannien zu verbessern. Das geht aus der Abschlusserklärung eines Krisentreffens im nordfranzösischen Calais hervor. An dem Treffen nahmen Vertreter der EU-Kommission und mehrerer EU-Staaten teil. Die britische Innenministerin wurde wieder ausgeladen. Im Kampf gegen Schleuserbanden wurde zudem vereinbart, dass ab Mittwoch ein Flugzeug der EU-Grenzschutzbehörde Frontex die Küste des Ärmelkanals überwachen soll. Ein Frontex-Flugzeug wird uns ab dem 1. Dezember sehr dabei unterstützen, die Schleusernetzwerke zu untersuchen, die Überfahrten zu erkennen und sie so früh wie möglich zu verhindern. Frankreichs Innenminister forderte London auf, mehr zu tun, insbesondere im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit. Für Deutschland nahm der CSU-Politiker Stefan Mayer an dem Treffen teil. In diesem Zusammenhang spielt Großbritannien eine sehr wichtige Rolle. Wir sind der Auffassung, dass es dringend erforderlich ist, dass zwischen der Europäischen Union und Großbritannien ein Post-Dublin-Abkommen verhandelt wird. Ein Schlauchboot mit Flüchtlingen war vor wenigen Tagen im Ärmelkanal vor der Küste nahe Calais gekentert. Dabei starben 27 Flüchtlinge, darunter auch ein Jugendlicher und drei Kinder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017